Guten Tag, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben ja die Vorlage von der Verkürzung der Struktur heute gewonnen. Diese Rundfunk-DVN, die sich nicht vom Staat, haben wahrscheinlich den Zweifelskreis gelegt, sondern wie gesagt, das ist jetzt eine Beobachtung von hier oben. Und diese Rundfunk-DVN sind jetzt aufgeregt, auf dem Ziel mit Städten-Funk-Fahrer.